In CorelDRAW 2020 gibt es gleich zwei neue Funktionen, um die Qualität von Pixelbildern massiv zu optimieren und Motive ganz groß rauskommen zu lassen. Mit der ersten Funktion entfernen Sie störende JPEG-Artefakte und mit der zweiten neuen Funktion Neu aufbauen können Sie starke Bildvergrößerungen ganz ohne Qualitätsverlust durchführen. Beide Werkzeuge profitieren von maschinellem Lernen, Pixel für Pixel wird analysiert und in diesem Prozess dann neue hinzugefügt oder bestehende verändert. So werden feinste Details und die Schärfe erhalten bzw. deutlich optimiert. Dieses Bild soll stark vergrößert werden, um es später als Plakat auszugeben. Zunächst legen wir ein Dokument im Format 150 x 100 cm an. Über das Dateimenü und Importieren laden Sie das gewünschte Bild auf die leere Arbeitsfläche und mit der Enter-Taste platzieren Sie das Bild in der Originalgröße. Und das ist offensichtlich viel zu klein, um die ganze Seite auszufüllen. Zudem sehen Sie beim Hineinzoomen, dass das kleine Bild auch noch äußerst schlecht aufgelöst ist und jede Menge JPEG-Artefakte enthält. Aktivieren Sie das Bild und gehen im Bitmap-Menü auf JPEG-Artefakte entfernen. Kurze Zeit später ist das Bild frei von diesen Bildstörungen und mit deutlich verbesserter Kantenschärfe abgebildet. Jetzt soll das Bild natürlich noch auf die Seitengröße skaliert werden. Die aktuelle Bildauflösung ist 96 dpi. Der einfachste Weg zur Bildvergrößerung ist, es einfach per Drag & Drop auf Format zu bringen oder in der Menüleiste den Skalierungsfaktor einzugeben. So, wie Sie es auch aus bisherigen CorelDRAW-Versionen kennen. Allerdings führt dieser Weg dazu, dass das Bild nur noch 14 dpi Auflösung hat und damit für jegliche Art der Wiedergabe ungeeignet ist. Daher machen wir das schnell rückgängig. Für ein deutlich besseres Ergebnis gehen Sie auf das Bitmap-Menü und gehen auf Neu aufbauen. Es gibt hier zunächst nur zwei Modi zur Auswahl, Bikubisch und Pixelwiederholung. Beides sind gute Möglichkeiten, wenn Sie ein Bild verkleinern möchten. Sie können die neue Bildgröße prozentual oder per Maße eingeben. Wir wählen hier 150. Da Seitenverhältnis beibehalten aktiviert ist, wird die Höhe passend verändert. Da wir das Bild nun vergrößern, sind zwei weitere Modi aktivierbar. Wir wählen für unser Beispiel fotorealistisch und setzen die Rauschverminderung auf einen mittleren Wert. Klar, da so eine Umrechnung etwas dauern kann, im unteren Fensterbereich sehen Sie daher die geschätzte Dauer. Das ist ganz hilfreich und ermöglicht Ihnen, bei massiven Vergrößerungen eine kleine Kaffeepause einzulegen. Nach einem Klick auf OK wird die Umrechnung gestartet. Und Ihr vergrößertes Bild steht nun bereit. Es sieht genauso scharf und knackig aus wie das kleine Ausgangsbild allerdings auf N-Format skaliert und nach wie vor mit dem für den Großformatdruck ausreichenden 96 dpi statt 14 wie mit der klassischen Vergrößerung. Auch Logos und Zeichnungen können auf diesem Weg perfekt vergrößert werden und das probieren wir jetzt gleich aus. Als Beispiel haben wir hier eine Illustration, die Neuels Bitmap vorliegt und die soll nun vergrößert werden. Wir importieren das Bild auf ein 60x60 cm großes Dokument. Auch hier zeigt sich beim normalen Vergrößern ein deutlicher Qualitätsverlust. Über Bitmaps und Neuaufbauen rechnen wir im Modus Illustration das Bild auf die gewünschte Endgröße. Und das Endergebnis ist deutlich schärfer und steht zur Weiterverarbeitung bereit. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses kleinen Workshops rund um die perfekte Bildvergrößerung und Bildoptimierung mit den neuen Funktionen von CorelDRAW 2020. Viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren! Untertitelung des ZDF für funk, 2017